Du bist wirklich hergekommen? Der Strandmeister bringt dich um, wenn er das merkt. Außerdem, wer bist du? Ich bin in dich verliebt und es ist mir egal, was er denkt. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Hurra! Wir sind drei Freunde am Strand. Halt! Was machst du, Freundin? Das Weibchen deutet seine Empfänglichkeit durch dezente Laute an. Willst du's treiben? Jetzt gleich? Oh, naja. Hast du dich hier angeschlichen? Ich hab dir doch gesagt. Oh, Will. Tja, wenn er so probiert. Armselig. Du konntest dich leider nicht paaren, aber wir können ein paar Strandspiele spielen. Wer von euch hat Bock auf Twister? Nein, wir Betamännchen sollten es besser haben. Wir an der Macht würden Frauen respektvoll behandeln und unser Harem würde höchstens aus fünf Weibchen bestehen. Und ich werde damit anfangen. Sir, ich fordere Sie zu einem Duell um die Macht am Strand heraus. Oh! Warte kurz. Okay, kämpfen wir. Ach, jetzt reicht's. Ich werde kein netter Arsch mehr sein. Der Kampf tobt stundenlang, bis beide Männchen erschöpft oder tot sind. Strandmeister, du kannst aufhören. Er ist schon seit gestern tot. Was? Er ist tot? Juhu, ich bring Typen im Schlaf um. Hey, aufräumen. Da die Überlegenheit des Strandmeisters nun nicht mehr bedroht ist, ist die Ordnung für ein weiteres Jahr wiederhergestellt. Ein weiteres Jahr, eine weitere Generation meiner Nachkommen, dem Strandmeister. Strandmeister! Ich bin der größte Baby! Absolut, Strandmeister! Und so beschließen wir unsere Erkundung des Planeten Erde. Für eine holographische Gehirninjektion der heutigen Sendung schicken Sie fünf Dollar an diesen Sender zu meinen Händen, dem Erzähler. Gute Nacht. Omikron-Turückversicherung. Haben Sie Ihren Planeten versichert? Gleich. Noch eine Folge. Futurama. Sie ist da, sie ist da. Leute, sie sind gerade hier. Was? Ich, wow, ich hab doch aber erst in vier Wochen Geburtstag. Nein, es ist nicht dein Geburtstag, Rachel. Am 30. Juli ist Internationaler Tag der Freundschaft. Und das feiern wir mit Rachel, Ross, Chandler, Monika, Joey und natürlich Phoebe. Na fein, wollen wir es zusammentun? Was hältst du davon? Ja, zusammen ist es doch viel lustiger. Friends. Am 30. Juli von früh bis spät. Auf Warner TV Comedy. Sorry, ist bloß ein Schnupfen. Sag bei zur Autosuche, bei der dir der Kopf raucht. Sag hey zum bequemen Online-Kauf auf heycar.de. Top Fahrzeuge einfach von zu Hause bestellen. Zulassung und Lieferung inklusive. Jetzt auf heycar.de. Manchmal ist ein Neustart der Beginn von etwas Großem. Denn nur wer neue Wege geht, kommt endlich bei sich selbst an. Der neue Kia Niro. Denk einfach mal größer. Voll elektrisch als Plug-in-Hybrid oder Hybrid. Kia. Movement that inspires. Dein Leben ist wie kein anderes. Google Pixel ist ein Smartphone. Wie kein anderes. Google Pixel ist wie für dich gemacht. Es übersetzt, was du sagen willst. Mit Live-Übersetzung. Erinnert dich an das, was dir wichtig ist. Mit Live-Anzeige. Google Pixel hält so lange durch wie du. Mit intelligentem Akku. Dein Leben mit Pixel. Du hast auch öfters keine Zeit für Frühstück oder Mittagessen? Du nimmst dir einfach mit. White. Hier. Hier. Oder hier. Ein Drink, eine Mahlzeit. Ist lecker, macht satt und gibt deinem Körper alles, was er braucht. Ist doch smart, oder? Probier's mal. Und bestell dir das Taster-Pack auf waifu.de. Das ist smart, das ist food. Egal, ob Ihre Zähneimplantate brauchen oder die nächste Zahnreinigung ansteht. Mit der Zahnzusatzversicherung der Ergo ist wirklich jeder in guten Händen. Sogar die Kosten von Premium-Behandlung übernimmt sie bis zu 100%. Schließen Sie jetzt die Zahnzusatzversicherung der Ergo ab. Macht jeden Job und Klassen besser. Business Bike locker leicht lesen. Haribo-Trompelfrondi? Ja. Die schmecken so tropisch. Ja. Das ist eigentlich tropisch. Das ist sowas, das ist ganz weit weg. So wie Oldenburg noch weiter. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die den Unterschied machen. Dein Senseo-Kaffee in biologisch abbaubaren Pads ist nachhaltig angebaut. Mehr Genuss für dich und eine kleine Geste für die Umwelt. Senseo-Kaffee-Genuss mit Liebe zur Umwelt. Sie sind zu raus. Er meint, hallo Kinder. Mit Flappen sprechen. Er war hier, ich wittere seinen Sixpack. Guten Vibes. Vibes, er heißt mein Vibrator. Oh ja. Und ihren schrägen Buddys. Ich hab uns erstklassiges Doop besorgt. Rocken die Two Bro Girls euren Nachmittag. Montag bis Freitag ab 13.20 Uhr auf Warner TV Comedy. Jetzt nur ein Spot. Sei kein Larry. Snacke clever. Mit unserem saftigen Bio-Mangostreifen, den aromatischen Erdbeeren oder unserem unglaublichen Pistazien-Mousse. Spare jetzt mit dem Code Larry auf porodruggerie.de. Adult Swim. Jetzt geht's weiter. Everybody move. I'm chilling with my boys. I'm chilling with the crew. Gleich eine Doppelfolge American Dad. Howdy, Leute. Hat ihr euch Lust auf eine Party? Das ist nur ein kleiner Glitsch. Alles wird gut. She'll be coming round the mountain when she comes up. Das ist Warner TV Comedy. Nein. Doch. Nein. Oh doch. Nein. 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 Wieso denn nur Gott? Hast du was gesagt, mein Schatz? Ich hör nichts wegen dem Fächern. I'm the man, Walrostat. Hormone Unwill, Hormone Unwill. Bitte geh doch nicht weg. Bitte leg doch nicht auf. Ich liebe dich. Letztes Jahr um diese Zeit war ich noch im Ruhestand. Ich hab Sport gemacht und nie meine Freiluftküche benutzt. Ich war in Quarantäne, bevor es cool war. Du hast es dir zur Lebensaufgabe gemacht, ihn in allem auszubremsen. Was genau soll denn das heißen? Ich könnte später Bahnmanager werden. Ich lag ganz gut mit, bist du irre. Hast du mir was zu sagen? Eins, zwei, drei, vier. Ich dachte, sowas gibt es nur in New York oder auf HBO. Wo sind wir? Zu Hause, Rick. Schwarz, 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 schwarz. Ihr habt mein Talent nicht verdient. Schien. Oh, das mag ich. Na, was sagt ihr, Freunde? Ich bin auf der Gewinnerstraße. Das fühlt sich gut an. Die Warner TV Comedy Highlights. Wo beginnt Neuland? Hinter der nächsten Flussbiegung? Weit draußen? In den Wellen? Oder darunter? Neuland beginnt bei mir. Entdecke dein Neuland mit der Subea-Schnorchelmaske Easy Breath für nur 24,99. Decathlon. Entdecke, was dich bewegt. Können Sie sich vorstellen, so arm zu sein, dass Sie blind werden? Für den kleinen Enoch ist das die bittere Realität. Die Augenkrankheit grauer Starr macht ihn täglich blinder. Stellen Sie sich nur vor, wie schwer sein Leben sein wird. Er wird nie zur Schule gehen, um lesen und schreiben zu lernen und sein ganzes Leben in Dunkelheit verbringen. Die dringende Operation ist für Enochs Eltern unerschwinglich. Bitte spenden Sie 5 Euro im Monat an die Christoffel-Blinden-Mission. Mit Ihrer Hilfe heilen wir Kinder vom grauen Starr. Mit nur 5 Euro im Monat bewirken Sie, dass Kinder wieder sehen und für eine bessere Zukunft lernen können. Gehen Sie online auf www.augenlichtretten.de, um jetzt zu spenden. Tun Sie es jetzt, denn jeden Tag verlieren Kinder ihr Augenlicht, weil sie arm sind. Ihre Spende lässt Sie sehen. Das Leben ist so wunderschön. Ich will da nicht wieder reingehen. Das Leben ist wunderschön? Nein, ist es nicht. Sieht doch nur, wie pot-hässlich hier alle sind. Ich bin nur einmal auf dieser Welt und ich wurde geschickt, um Liebe zu verbreiten. Die deutsche TV-Premiere der 5. Staffel von Search Party. Das wird richtig cool, Leute, richtig cool. Seht die komplette 5. Staffel an einem Wochenende. Morgen ab 17.35 Uhr und Sonntag ab 17.40 Uhr auf WarnerTV Comedy. Adult Swim. Jetzt geht's weiter. Gleich noch eine Folge American Dad. Zugticket gebucht, aber keinen Sitzplatz bekommen? Flixit. Bei Flix-Train ist der Sitzplatz bei jedem Ticket inklusive. Mit Tickets schon ab 4,99 Euro. Buche in der App oder auf flix.com. Jetzt auf warnertv-spiele.de Oh, wie wär's mit nem Funken Inspiration? Ja! Ups! Lass uns die Sache ins Rollen bringen. Tada! Hm, versuch's mal hiermit. Ja! Level dich hoch in Forge of Empires. Jetzt kostenlos spielen auf warnertv-spiele.de Wo beginnt Neuland? In den Wellen? Oder darunter? Hinter der nächsten Flussbiegung? Weit draußen? Neuland beginnt bei mir. Entdecke dein Neuland. Mit dem Casuar-Zwei-Personen-Fallzelt für nur 99,99 Euro. Decathlon. Entdecke, was dich bewegt. Ach, sie sind's zu raus. Er meint, hallo Kinder. Mit Floppen sprechen. Er war hier, ich wittere seinen Sixpack. Guten Vibes. Vibes, der heißt mein Vibrator. Oh ja. Und ihren schrägen Buddys. Ich hab uns erstklassiges Dope besorgt. Rocken die Two Broke Girls euren Nachmittag. Montag bis Freitag ab 13.20 Uhr auf warnertv-comedy. Es lebte einst ein Fisch, der aus der Hölle zu uns kam. Tausend Jahre war er alt. Er fiel in das Leben nah. King Kong und ein Monster war im Rausch nach einem Tanz. Zeugten sie diese Brut mit dem längsten Schwanz. Mit dem längsten Schwanz. Ein Mensch hat je den Kampf gegen ihn gewonnen. Er schläft gern jahrelang und scheißt zwei Tonnen. Und scheißt zwei Tonnen. Der ist König des Sees. Ein Bies, ja so ist es. Jedem hier bekannt als Old Ulysses. Old Ulysses. Geboren in einem Vulkan. Old Ulysses. Old Ulysses. Er wird euch verschlingen mit Haut und Haar. Die Legende von Old Ulysses. Old Ulysses. Ah.